ich drücke die e taste und der praktische kiste hin und macht sie zu kasse soweit so dann komme ich da noch mal ich denke mal natürlich nicht dass das so was wolltest du heute ist diese die großen die kleinen für großen würde ich sagen muss nur erst mal hier so ein kram rumziehen oder so was wolltest du jetzt noch deswegen das meine ich ja also die waren ja wirklich du kannst ja das angucken die stand ja wirklich sonst ich kann ja nicht mal bei mir um die ecke das ist dumm die dumm hier ist alles gut so dann gehe ich mal kurz raus aus dem spiel obwohl das wird wahrscheinlich gar nichts bringen jetzt ist ein pink von 95 schon mal wesentlich besser ja nur wenn da natürlich ein computer da mal so ein paar zombies laden muss dann bricht er scheinbar ganz schön ein scheint das ein bisschen zu viel zu sein macht der nächste mal an essen ja ja hatten wir sehr gut geschmeckt dann müssten wir mal jagen da kommt da noch wir können wieder zombies jagen gehen siehst du sie war gerade noch hier ist gar kein zombie hier ist gar kein zombie warum trifft die mich könnte mein pfeil sein weil du mir in die schussbahn gelaufen das war wieder ein bisschen gesund das schießt mit scharfer munition ja ja das sollte ich sie aber auch noch mal überlegen ich sehe richtig die haben ja mit meinem turbo speedy wir haben ja auch einmal ein turbo speedy sowie die zombies da sind da muss wohl der ping richtig explodieren bei dir keine ahnung habe ein ping von keine ahnung naja du musst ein ping von null haben wenn du jetzt ein ping hättest das wäre schlimm das wäre echt das muss ich habe jetzt ein ping von 558 so ein scherz das wahrscheinlich aber der grund sind jetzt ein ping von 104 wir können ja vielleicht hier einfach mal das video ausmachen dann für was habe ich ach so das ist das so gut aber das wird jetzt also das hat nichts gebracht mit dem video ausmachen keine ahnung ist vielleicht auch irgendwie ein problem von das ist das so funktioniert funktioniert ja obwohl ich hier relativ gut geht naja das war jetzt hier kein tod nicht irgendwo anrechnung weil das habe ich ja gesehen dass da keiner war vielleicht war hinter dir einer nein die heutigen tods die sind ja so wenn sich ein zombie tötet dann springt er in der rotphasen animation springt er sich ja an um da was weiß ich dich zu fressen oder sowas ja das gestolpert vorher nein ist er nicht der war nicht da jetzt kriegen wir oft besucht ja na du lässt ja auch die forschung alles an dann muss ja auch alles warm sein wenn ich nach hause komme abends ja dann ich anfange erst zu frieren und dann erst zu heizen ja das wäre ja blöd ne ja ach ich habe gar kein holz mehr draußen da küsst du es ganz viel wenn du noch zu hause bist hm was ist das denn und was ist es ja weißt du noch wo wir mit renny da diese riesen mauer gebaut haben ja das sieht ja jetzt richtig geil aus das dorf ja 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 hm 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 wy hm 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 ja 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 die kleinen kannst du auch ja ne na ja Ah, wieder so ein Zappelkönig hier. Ja, die sind gut, ne? Das ist mein Lieblingszombie. Ja. Hatte mir jetzt übrigens auch das neue Video von der Alpha 15 angeguckt, mit den neuen Zombies da. Mhm. Sehen noch gar nicht so schlecht aus, oder? Ne, die sehen nicht schlecht aus, ne? Bin ich echt mal gespannt. Also der Soldat, der wird ja wohl ein bisschen schmerzgelegt sein, ne? Ja. Aber ich sag mal, mit der AK hat er da auch nur drin geschossen und fertig, ne? Ja. Nur, ich weiß noch nicht, seit ein paar Tagen zerstört und ähm... Ich hab noch nie eine AK. Ich hab noch nie muttet. Ungerecht. Irgendwas ist hier gerade. Geh ich mal lieber raus. Ja, geh da mal raus. Bevor dir da was passiert, ne? Ja. Na, ich hab... Oh, das sieht ja jetzt richtig gut aus. Hä, was denn? Na, die haben den Laden hier vorne dann gleich umgebaut. Unten in den Heuern. Mhm. Schön mit blauen Säulen und so. Wie tut das? Hm. Ob ich nur hier sein sollte mit unbedingt viel Fleisch in der Tasche? Weil ich ja jagen sollte. Und nur viel Fleisch. Mit viel Fleisch. Ach, viel. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist gerade. Das ist sinnvoll. Wie viel hast du denn? Zur Zeit sieben. Okay. Ähm. Hm? Was sind das für ein Gestöne? Hallo. Der hört sich ganz anders an. Oder? Schon das erste Mal richtig. Bergbau hin. Ich muss sagen, die Stadt sieht jetzt richtig gut aus. Oder das kleine Dorf hier. Hm? Haben sie sich Mühe gegeben, ja? Ja. Na, wie lange war ich hier auch nicht mehr? Na? Na? Komm hier aus der Tasche. Hab mich da irgendwie festgegriffen beim Zombie. Achso. Wenn ich da erstmal in der Tasche drinne bin, komm ich da nicht mehr so aus. So. Aua. Hey, komm. Spaß. Ach, war Spaß jetzt, ja? Boah. Müller Zombie. Na, das hat der bestimmt nicht verstanden. Glaube ich auch nicht. Das meinte der nicht so. Der hat bestimmt gedacht, das ist irgendwie anders gemacht. Hat der bestimmt gedacht, ja. Weißt du? Sonst hätte er das bestimmt auch nicht gemacht. Da bin ich mir sicher, dass der das nicht gemacht hätte. Weil die sind eigentlich sehr voll. Hört hier gar nicht auf, ey. Komm mir vor, als ob hier mehr Zombie sind. Aha. War mal so idyllisch hier. Voll mit unserer Riesenmauer. Ja. Ähm. Bist du eigentlich irgendwie da so in der Nähe von, ähm. Ich hab dir gerade gesagt, wo ich bin. Tja. Aber hast du Sand oder so? Oben habe ich ganz den Sand reingepackt. Wasser. Warum ist der noch nicht in der Forge? Weil ich daraus Beton machen wollte. Und jetzt kann ich auch ein Schrotgewehr bauen. Na, ich kann das, ähm. Kleine da bauen, ne? Ich kann das große. Kannst du schon eine Ranch machen? Ja, ich glaub schon. Glaubst du oder weißt du, weil sonst würde ich das Buch mitbringen. Ja, die kann ich bauen. Gut. Kann ich weg machen, ja? Ja, lest doch einfach nochmal. Und denn? Bringt doch nichts, oder? Bringt doch nichts, oder? Was denn? Na, Erfahrung. Gut, lese es nochmal. Toll. Kann ich schon. War voll uninteressant. Das zweite Mal zu denen. Wieso? Damit geht's ja noch hoch. Ja, aber hast du schon mal ein Buch zweimal gelesen? Ja. Und wär spannend. Und dann das zweite Mal? Ja. Gut. Alzheimer ist grüßen. Jetzt haben sie die Häuser auch so gemacht, dass sie halb eingefallen sind. Ah ja. Also echt gut. Na, wir brauch' ich nicht. Äh, blueberries, kann ich die wegpacken, oder brauchen wir die? Ja, ich hab' schon eingepflanzt, aber... Gut, dann mach' ich sie weg, ja? Kannst ruhig mitnehmen. Nee, ich muss hier ein bisschen auf Platz. Warst du schon in der Bücherei und hast ein paar Bücher gelesen? Nein. Du? Nee, deswegen frage ich dich ja. Ich bin schon für die Feuer, das gibt's ja nicht, ey. Ich hab' da nix. Warum werdest denn du da so eine Böse mit ein? Das ist ja... Was mach' ich bitte? Ja, frage ich mich ja auch gerade. War wichtig, wenn du... Ja... ...dich das noch stellst, die Frage. Ja, das stimmt sehr wichtig. Zumindest mir war's wichtig. Autschi. Ein Tresor, das lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht. Mal schauen. So. Vielleicht findest du ja für die Shotgun ein paar Sachen. Bestimmt. Ne, davon geh' ich aus. Dass ich da jetzt was ganz, ganz Tolles finde. Sollte normalerweise nicht schief gehen. Jaaa. Find wahrscheinlich gleich die Zombie-Auslöschbombe. Genau. Oh ja. Ja. Und was interessantes gefunden? Naja. Ja. Heißt also ja. Nö. Alles grau, aber... Wäre nicht schlecht, wenn man mal eine Shotgun zusammengebaut kriegt, wa? Hm. Gläser haben wir genug? Ne. Bin ich gerade fast schon am schmelzen. Ja, wenn du schmilzt, dann haben wir genug, ne? Ja, aber dann müsstest du schon noch ein bisschen Sand holen. Ja, bring' ich dir mit. Kaffee hast du ja schon gepflanzt, ne? Ja. Gut. Gut, nehm' ich mal auch scheiß Waffenteile mit. Mhm. Mhm.